Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Aufnahme hier von Nero's MTG Prognosen oder ein Let's Talk über Magic. Ja, ich muss heute zum Titelbild nichts mehr sagen, haben wir einiges zuzu. Ich möchte jetzt auf ein anderes Format hin, auf was ich sage. Ich rede in letzter Zeit ja öfter mal über Legacy oder über Standard, über Preise. Preise lässt sich bei Magic Karten in Paperform oft nicht rausreden. Werden wir vielleicht auch noch mal heute drauf kommen, aber ich möchte jetzt erstmal einfach nur ein Deck präsentieren. Ich versuche es einfach mal ohne großartig drauf zu sehen. Ich werde ein, zweimal auf was hinweisen, aber auch nur am Rande. Ich möchte momentan auf Modern eingehen, also ein Deck in Modern, was in meinen Augen von der Spielmechanik wirklich Spaß macht zuzugucken, extrem schwer anscheinend in Modern zu knacken ist und eine sehr hohe Prognose hat zu gewinnen. Und das Deck ist auch noch in meinen Augen, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein falscher trügerischer Eindruck ist, aber ich glaube sogar noch relativ einfach zu spielen ist, wenn ich mir überlege, was für komplizierte Decks ich manchmal im Legacy als Combo gespielt habe oder was es für Control-Decks oder, oder, oder gab. Gehen wir einfach mal tatsächlich in das Deck rein. Und zwar heißt das Deck Lenten Control. Ich weiß nicht, ob das eine von euch kennt. Laternenkontrolle auf Deutsch, so könnte man das tatsächlich nennen. Die Preise für das Deck ist natürlich deutlich höher und denkt dran, nicht das, was hier unbedingt steht. Wobei mir, glaube ich, aufgefallen ist, das, was hier dran steht, nee, ist aber auch kein, ich dachte erst, dass ich das hier gesehen habe, aber bei einer Insaneering Bitch ist keine 150 Euro wert. Tut mir leid, dann dachte ich vielleicht durch vier, aber auch das ist einfach mal viel zu hoch. Also die Preise, wir sind hier im Paper von 150, never. Never, never, glaube ich nicht. Wir können hier tatsächlich einfach mal sonst nachgucken. Wir können ja mal alle drei anzeigen. Ja, 20 Euro mal vier. Okay, sind aber keine 150. Ja, gut, in US-Dollar weiß ich nicht, wie der US-Markt ist. Egal, das war einfach nur eine Sache, auf die ich mal einfach mal hinweisen wollte. Hier zeige ich einfach mal das Deck und dann erkläre ich auch, wie es funktioniert. Wir haben hier eine Kreatur, die auch nur zweimal drin ist. Das ist auch die einzige Kreatur, die die obersten vier Karten eben halt der Bibliothek rein, also du guckst die obersten vier Karten an, du nimmst einen Artefakt davon, zeigst es offen vor, misch die anderen restlichen drei Karten unter die Bibliothek. Einfach nur schnell Artefakte zu finden, Länder, Artefakte zu finden, die obersten fünf Karten angucken, eine farblose Karte davon auf die Hand nehmen, den Rest unter die Bibliothek in irgendeiner Reihenfolge. Den gegnerischen, äh, den gegnerischen Rand angucken, eine Karte mit Converted Casting Cost 3 oder weniger, Disc-Karten lassen, die kein Land ist, irgendeine Karte aus dem gegnerischen Friedhof, die kein Basic Land ist, exilen und alle Kopien, die ja sonst noch außerhalb des Spielfeldes, also in der Hand, in der Bibliothek und im Friedhof besitzt, werden exilt. Gegnerische Hand angucken, die, äh, eine Nicht-Land-Karte wählen, die muss er abwerfen, zwei Leben verlieren, das heißt ohne Casting Cost in dem Fall, aber dafür nur zwei anstatt viermal drinne. Abrupt Decay, muss ich auch nicht viel sagen, ein uncountbarer, permanent Zerstörmend Convert in Casting Cost 3 oder less, die kein Land ist. Ja, diese Karte, die ist tatsächlich auch deutlich am Wert gestiegen, eine sehr, sehr starke Karte, die auch deine Hand deutlich schrumpfen lässt, was in Bezug auf die Insaneering Witch eventuell interessant sein könnte. Man kann den Gegner nämlich eine Karte aus der Hand disc-Karten lassen, die Instant oder Sorcery ist, und man kann eine Kreatur bis zur, ähm, bis zur, ähm, Widerstandskraft von zwei einfach mal totschrinken, beziehungsweise sich mal kurz ein bisschen drain, falls es ein bisschen knapper wird. Das Drain ist, glaube ich, aber hier tatsächlich der schlechteste Effekt dieser drei, aber eine sehr gute, eine sehr starke Karte, die auch im Wert stark gestiegen ist. Und eine Tutor-Karte, meine Lieblings-Tutor-Karte mit Zweitliebst, Zweitliebst inzwischen. Es ist die Zweitliebste Karte. Das andere ist der Diabolic Intent, kann ich irgendwann anders mal drauf zurückkommen. Oder? Bin ich das schon? Nein, bin ich noch nicht. Glaube ich. Auf jeden Fall Diabolic Intent. Er sagt, du darfst, äh, du, wenn du sie sprichst und sie resolft, also sprich, sie gelingt, ohne dass sie gecountert wurde, dann zeigst du eine Karte aus deiner Hand vor, suchst deine Bibliothek nach einer Karte mit genau denselben Namen, nimmst sie auf der Hand. Wenn du keine Karte auf der Hand hast, die du vorzeigen kannst, weil das war, der Infernal Tutor war die letzte Karte in dem Moment, wo es resolft, dann darfst du dir irgendeine Karte aus der Bibliothek suchen und sie auf der Hand nehmen. Also sprich, ein normaler Dämonic Tutor dann. Bei Hellband wird es zum Dämonic Tutor. Sehr geile Karte. Auch in sehr vielen Formaten gespielt. Also Modern, Legacy, sogar in Vintage wird sie gespielt. Also wirklich gute Karte. Ähm, dann haben wir hier den einen Mox Opal, der sagt, bei Metalcraft, also wenn du drei Artefakte kontrollierst, er selbst zählt sich dazu, dann produziert es auf Tab irgendein Mana deiner Wahl. Ist also nicht ein ganzer Mox, aber schon ein sehr guter Mox, wobei auch der Preis ein bisschen hoch ist. Aber ihr kennt ja die Preise ja. Dann haben wir hier, jetzt geht's los mit dem ersten Lenten-Teil. Und zwar, das andere war ja in große Vorgeplänkel, wenn man das so nimmt. Jetzt kommt der Control-Teil. Und zwar für ein Mana ein Artefakt, und die meisten sind nur Ein-Mana-Artefakte, ähm, tappst du dieses Artefakt und die oberste Karte der Bibliothek wird in den Friedhof gepackt. Du kannst, du wirst auch oft auf die eigene Bibliothek angewendet. Ähm, jeder, äh, jeder Spieler packt die oberste Karte seiner Bibliothek in den Friedhof. Das heißt, wenn man weiß, was oben drauf liegt, kann man zappen und dann in den Friedhof packen. Falls es zum Beispiel, ähm, Karten, also Hate gegen Karten sind, die du im Spiel hast, wenn du weißt, dann kannst du sie wegmüllen, bevor sie da sind. Sag mal, woher soll ich denn das wissen? Das ist die nächste Karte. Das ist nämlich die Lantern auf, ähm, Inside. Das ist genau die Karte, die nämlich genau das macht. Und zwar, jeder Spieler deckt die oberste Karte auf. Also, dauerhaft. Spielt mit aufgedeckter Karte. Und damit weißt du dann natürlich auch, ah, muss ich sie wegmüllen oder nicht, wenn es interessant ist. Du kannst natürlich auch sagen, wenn du noch nichts anderes hast, du kannst diese hier sacken und der Gegner mischt seine Bibliothek, wenn es hart auf hart kommt. Aber normalerweise sollten die beiden Karten hier reichen, das zumindest wegzumachen. Pile ist den Niedel einfach mal, um den Gegner irgendwelche Sachen wegzublockieren, die im Spiel getappt werden können oder, ähm, aktiviert werden können. Also überall, wo ein Doppelpunkt drin ist, wie zum Beispiel, ähm, wo sieht man, hier sieht man es am schnellsten, das hätten wir uns auch sehen können, aber hier kann ich es besser erklären. Und zwar genau nach dem Doppelpunkt, äh, nach dem Tab-Zeichen. Das ist ein Doppelpunkt. Das bedeutet Aktivierungskosten. Also, sprich, das, was du hiermit verhindern kannst, es sei denn, es ist eine Mana-Ability-Produktion. Sprich, den hier kannst du nicht damit mit der Pile sind die Niedel ausbremsen. Dann haben wir die, äh, Six Things of, ähm, Pandemonium. Ja, irgendwie habe ich Probleme mit diesem ersten Wort. Warum? Swings? Aber es ist doch keine Swings, weil die wird dann ja auch anders geschrieben, da fehlt ein Ändern oder? Aber, na egal. Ähm, auf Tab, jeder Spieler exilt die oberste Karte seiner Bibliothek, face down. Das ist im Grunde ähnlich, wie es das ist, nur dass sie exilt wird und dann umgedreht. Und für sieben Mana, ähm, kannst du dann alle diese Karten, die du hiermit exilt hast, im Spiel packen, wenn ich es richtig sehe. Ja. Also alle permanente. Und jetzt kommt die eine der wichtigsten Keykarten, die auch tatsächlich in vielen, vielen Formaten gespielt wird, zumindest in den höherlerwiegenden Formaten. Das ist die in Sneering Bridge. War am Anfang tatsächlich, als ich, als wir die ersten Decks damit nochmal gebaut haben, nach einer längeren Zeit, nicht als die sie rauskam, sondern als wir immer wieder mal was gebaut haben damit, war die noch nicht so viel wert. Interessant ist die danach, also nicht direkt danach, sondern im Laufe der Zeit ist ja schon ein bisschen immer weiter gestiegen, jetzt bis zu einem sattlichen Preis, wie ihr den ja schon gesehen habt, sagt, Kreaturen können nicht angreifen, wenn deren Power größer ist, als die Handkarten, äh, Anzahl an Handkarten auf deiner Hand. Kannst du zum Beispiel mit einem LED, also Lies Eye Diamond, kannst du zum Beispiel auf Null direkt schwenken, oder wie man es eben halt hier oben schon gesagt hat, hiermit kannst du eben halt Karten diskarten zusätzlich, die im Normalfall sowieso aber nur ein Mana kosten. Das heißt, du sollst eigentlich genug Zeit haben, einfach ein paar Sachen zu spielen, bevor das soweit ist. Und hiermit kannst du auch die Artefakte, die du zum Beispiel über das, ähm, den hier in deinen eigenen Friedhof gepackt hast, wiederum musst du natürlich aufpassen, dass das Land nicht wegmüllst, ne? Ein bisschen muss man auch aufpassen, aber ansonsten haben wir hier die ganzen Länder, die im Modern gespielt werden, hier ist ja nicht so mit den Duels, etc. Ja, ein sehr interessantes, ein sehr, sehr starkes Deck, hält den Gegner davon ab, dass er dich angreifen darf, er wird nicht mehr das nachziehen, was du, was er gerne bräuchte, um gegen dein Deck anzutreten, und du millst ihn einfach zu Tode. Sehr undankbarer Tod, aber funktioniert. Ist einer der Spielmethoden. Und warum nicht? Müllen ist ja nicht, ist, ist ja, ist ja nicht das neueste Müllen, Todmüllen. So, dann haben wir das Sideboard, ähm, ein Thomas the Crypt, äh, Crypt, Tomix, Thomas Crypt, verdammt nochmal. Für null mal eine Art der Fakt, was du, ähm, teppen und opfern kannst, um den gesamten Friedhof eines Spielers deiner Wahl zu exilen. Eben sowas wie Dredge oder sowas, als Gegner kannst du Artefakte hier reanimieren, damit sie nicht zerstört werden. Sorgt natürlich auch, dass hier Dredge nicht mehr wieder weiterspielen kann, oder, äh, ja, vor allem Dredge, äh, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass du Karten aus dem Friedhof nicht mehr gespielt werden kannst, oder von der Bibliothek direkt ins Spiel. Ich weiß, es fällt mir jetzt so mega spontan außer Dredge jetzt gerade nichts ein, aber es gibt es auf jeden Fall zum Beispiel der grüne Sun Sign, äh, äh, Green Sun Signet, ne, der wäre zum Beispiel auch mit betroffen, ach, da gibt es so einige. Ja, dann haben wir hier Naturals Claim, du zerstörst ein Artefakt oder Verzauberung und kriegst vier Leben, was natürlich ein Unterschied zu der anderen Karte, die ich gesagt habe, in der Billig-Version, mit drei oder weniger, kannst du dir egal, wie hoch die zerstören, der vierte, um nochmal ein bisschen Graveyard Hate zu machen, hier nochmal ein, Brock Decatur dritte, damit man noch ein weiteres permanent zerstören kann, noch mehr Land Discard und noch mehr auf Mini-Kreaturen und noch mehr Hand Destruction, aber wie gesagt, sehr gute Karte, ähm, dann haben wir den Spell Strike, der natürlich weiter den gesamten Hate auf sich zieht, der gegen Artefakte hier ist, zieht er natürlich, kann er, oder zieht er auch für zwei Leben oder ein Blaues eben halt auf sich, er ist ja selbst ein Artefakt, Crucible of Worlds, um gegen Land Hate und so einen Scheiß anzutreten, zu dem man das auch mit Ghost Deep, ähm, Ghost Quarter zusammenspielern kann, falls der Gegner wirklich keine Basics kontrolliert, ist das, ist das hier ein Wasteland, äh, nicht ein Wasteland, ein Stripmind, wird das zu Stripmind, wenn der Gegner keine Basics spielt, wird das Ghost Quarter zu Stripmind, was meiner Meinung nach auch das Ghost Quarter extremst teuer macht und eigentlich nicht diesem Wert entspricht, nur gut, der ist aus der Edition, ja, aber, ne, was haben wir dann hier noch und die gute Layline, die weiße Layline auf Sanctiun, äh, Sanctiunit, das ist, ähm, gegen Burn, Burn und Combo, die zum Beispiel mit, ah, na, wie heißt die, verdammte Karte, äh, mit Storm, dass du zwei Leben verlierst und der Gegner zwei Leben bekommt, äh, Tendrils of Agony, genau, gegen Tendrils oder sowas, gegen, ähm, Discard und gegen Burn, wobei Discard, weiß ich nicht, inwieweit man tatsächlich die unbedingt reinborden muss, ist aber auf jeden Fall wie das ganze Target Player, dagegen ist die echt extrem gut, denn genau das verhindert es im Grunde und Burn steckt einfach mal gegen diese Karte, also wenn es ein reines Burn ist und die Karte startet damit, kann Burn aufgeben. Normalerweise ist Burn Mono-Rot, Mono-Rot hat nichts gegen Verzauberung, das ist der normale Fall, vor allem kann sich Burn nicht leisten, also viele, viele Karten zu spielen und damit ist es meist ein Auto-Lose, vor allem, sag, dann hau ich dir wenigstens die Kreaturen weg, es ist nur eine da, der Rest müll dich einfach mal, er kann natürlich in Rot noch viel gegen Artefakte machen, das kann Rot sehr gut, aber ich weiß nicht, ob das da noch hilft, weil der Sieg ist ja trotzdem nicht da und wenn du, selbst wenn du ihn einmal müllst, er zerstört es einmal müllst, wenn du tatsächlich nachher mehr Karten noch in der Bibliothek hast als der Gegner, dann kannst du sagen, gut, dann ziehen wir uns einfach jetzt zu Tode und du bist der Erste, der tot ist. Tja, so läuft das, so läuft das, meine Freunde. Ein sehr, sehr starkes Deck, wer sich das mal angucken kann, wird das natürlich auf, kann man sich das auf YouTube bei den netten Herren hier angucken oder direkt von der Seite einfach mal draufklicken, Lantern Control, sehr krasses Deck, wird sehr oft gespielt, was auch tatsächlich dieser Stack dafür gesorgt, dass diese Karte hier hat diesen Wert erreicht. Vorher war sie nichts wert, kaum ist das Deck hier ausgekommen, bam, durch die Decke geschossen, zumindest im Verhältnis, wie sie vorher war. Das darf man nicht vergessen, ja auch der Preis ist wieder ein bisschen hoch, wissen wir ja schon. Also, wer ein starkes Modern Deck spielen möchte und ein bisschen Geld investiert, wo er weiß, na, das wird ganz schön reinhauen, der sollte sich dieses Deck holen. Die teuerste Karte in meinen Augen ist diese hier mit tatsächlich die Glimmer Void. Alle anderen Karten sind erschwinglich. Was haben wir denn hier noch? Ja, gut, da Moxup halt drei Karten. Hier stehen die auch relativ hoch, kommen tatsächlich hohen Preusen auch entgegen. Die sind auch nicht gerade die günstigsten, trotz allem ein, also wer Geld, wer ein bisschen Geld hat, kann das hier investieren. Das ist tatsächlich nicht ein Low Budget Deck. Empfehlen. Ich wollte es einfach mal anmerken, falls einer tatsächlich mal im Modern versucht, irgendwie möchte sagen, ich möchte im Modern einsteigen, ich habe Geld, ich möchte Geld investieren und zwar in Karten, die ich nicht nur in diesem Deck hier spielen kann, sondern auch in anderen Karten. Gut, selbst diese Karten wirst du nur in diesem Deck spielen, aber den Tutor zum Beispiel oder hier die Kollektiv Brutality wird man natürlich auch in anderen Decks spielen können, genau wie in Broad Decay in zig Decks, genau wie Thorsia ist in zig Decks drin, ach, die Extraction auch in zig Decks drin, also gerade der obere, der Bereich, den kann man eigentlich in sehr, 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 sehr vielen Decks spielen. Hier den Mox zum Beispiel kann man auch noch in Infinity spielen, Bridges kann man in vielen Decks spielen, die Teile jetzt eher weniger, die da inzwischen sind. Gut, die Pything Needle ja als Sideboard hält. Land, die Länder kann man auch noch in anderen Decks spielen, gerade die hier kann man in zig verschiedensten Formaten noch spielen und ja gut, ich kann jetzt ewig so weitermachen. Ihr seht, das Deck ist vielseitig, sollte man das auseinanderrupfen, wenn man keine Lust mehr hat, dann kann man die Karten noch in anderen Decks reinstecken. Super Deck, starkes Deck und auch ein Deck tatsächlich, was oft oben ist, solltet ihr euch mal anschauen und das war es dann auch von meiner Seite. Ich wollte es einfach vorführen, ich möchte jetzt nicht den näheren Herrn, der sich hier die Mühe gemacht hat und das aufzulisten, auch wenn er selbst das Deck nicht konstruiert hat, das muss ich dazu auch sagen, es ist nicht seine Idee, sondern das ist eine Idee eines anderen Spielers, ich weiß gar nicht, von wem sie offiziell wirklich ist. Nude, Wayne, wen soll's, starkes Deck, könnt ihr euch angucken, für die, die Modern Geld haben und spielen wollen oder die Karten vielleicht sogar selbst schon besitzen, bis auf zwei, drei nicht so teure Karten wie hier die Lantentai, ich sehe da, genau wie da, die Karte ist nichts wert. Solltet ihr sich das mal antun. Dann sage ich vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hat euch weiter informiert. Tschüss, liebe Leute! liebe Leute! Tschüss,